Hi, ich bin Carina aus Deutschland und wir sind heute im Fountainside Hotel. Es ist ein wunderschönes Vier-Sterne-Hotel, Luxus pur für uns. Dieses Hotel ist sowohl für Touristen als auch für Businessleute geeignet. Es ist super zentral gelegen, das heißt man kann problemlos zu Restaurants laufen oder zum Wasser oder auch zu verschiedenen Märkten. Es gibt verschiedene Zimmer, man kann sowohl normale Hotelzimmer haben als auch Selbstverpflegungszimmer, wo man halt dann auch kochen kann und sowas. Und ja, es ist sehr schön und alles ist gut zu erreichen.